Ich bin Stefanie Mägerle, ich arbeite bei der Wiesaar Wieser & Andliker AG. Ich bin in der Finanzbuchhaltung und Personalwesen tätig und ich bin Berufsbildnerin für unsere KV-Lernenden. Was wir den jungen Menschen mitgeben wollen, ist Durchhaltewillen, Durchhaltevermögen, sehr breites Fachwissen, das sie bei uns erlernen können. Und das Credo, dass man mit Ehrlichkeit immer am weitesten kommt. In unserem Unternehmen bist du von Anfang an ein vollwertiges Teammitglied. Wage den ersten Schritt, bewirb dich noch heute. Wir schauen sehr auf die Vollständigkeit, also dass alle Beilagen dabei sind. Heisst Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse. Dann möchten wir gerne, dass sich ein bisschen auf die Firma bezieht und nicht nur einfach einen allgemeinen Brief schreibt. Und wir schauen jetzt bei den Noten einfach Deutsch und Mathe an. Und Absenzen schauen wir an. Und diese Kreuzchen auf der Rückseite vor allem. Bei der Vorstellungssprache, da schauen wir vor allem auf Authentizität. Dass sich der Bewerbende wirklich so gibt, wie er ist. Und dass er auch etwas über unsere Firma weiss, dass sich also auch vorbereitet hat. Ja, und ob mir so etwas Zwischenmenschliches stimmt.